so hallo und herzlich willkommen hier bei gunfrog live auf twitch und weiter geht's in die nächste runde mit riesen drei wir sind immer noch hier in diesem schatten dingster bummster und wir bekämpfen immer noch diese schatten dingster bummster und bummster dingster und ja wir gucken mal wir haben jetzt hier so einen schatten lord haben wir jetzt platt gemacht habt ihr hast ja gesehen da ist noch so einer und scheiß scherge zwei und wir schauen mal wie es heute weitergeht so klatsch und noch einer von da und von hier und von links und von rechts und geradeaus da ist er gefallen so schattenwaffe nehmen wir mit können wir verkaufen hat der auch noch eine der hat auch noch eine so ok wir haben hier so ein komischer guck mal hier hier ist noch ein schatten quatsch eine spinne ich hasse spielen alter ich hasse ich habe ich habe voll gänsehaut so dunkelpilz haben wir jetzt zwei von fünf warte mal ich will mal gucken da scheinen wir alles platt gemacht zu haben gucken wir mal hier ist noch ein dunkelpilz drei von fünf und hier geht es raus so wie es ausschaut und da geht es wieder rein so wie es ausschaut drei von fünf vier von fünf ok und noch ein quatsch sehr gut ich habe da hinten noch welche laufen sehen vorhin an den quatsch kommen wir nicht an aber da liegt noch ein noch ein ding ist noch ein schwert ich nehme ich ja wohl mit bringt zwar ja alles schwert wahnsinnig geiles schwert so warte mal hier ist noch ein quatsch komme ich daran ne komme ich nicht ran ok na gut dann gehen wir hier wieder zurück zurück gehen wir und dann haben wir die gleich noch ein aufs maul hier drei sind sie jetzt zuvor ich will mal hier gehe ich gehe mal hier lang ja bauen sie du kannst ja schon mal so ein bisschen kloppen gehen mich auch nicht an und sie du sollst sie da verprügeln alles muss alleine machen judy denn was wie was war das also so ein dunkelpilz und fusel haben wir noch gekriegt ich finde das schön dass die anderen warten ich hoffe dass boden sie bald mal wieder aufsteht hier das war überhaupt wohl sind überhaupt weggetreten ja ja jetzt wo alles vorbei ist so stehst du wieder auf ist klar okay so wo ist der andere ja an die den kann man ja nicht looten auf flicks sags so schattenwaffe nehmen wir mit naja da haben wir ja schon mal den teil der insel gut gesäubert hier ein paar bärchen ja so und da sitzt auch morrisen hallo morrisen hey du da wo willst du denn hin ich seh mir nur die gegend an ich seh mir nur die gegend an du meinst so richtig mit deinen augen kannst du mir die mal allein schade alter echt schade naja ich mach dann mal weiter als wächter hat man schließlich immer was zu tun ich habe noch ein paar hühner augen die kann ich dir geben ja die kann ich dir leihen aber weil du weißt ja das ist nichts umsonst ne bis bruder du und wächter kaum zu glauben warte ich bin gar kein wächter aber warum habe ich denn diese klamotten an mann bist du fertig hey nicht so schnell ich kann mir kaum hinterher wie war noch mal deine frage du wolltest mir sagen was du hier machst wollte ich das naja schaden kannst du nicht dann leg mal los womit das ist jetzt nicht dein ernst oder ich bekomme echt kopfschmerzen von deinem gelach aber alles was ich will ist doch nur eine lade um dunkelpilze die schatten bedrohen das land und du suchst pilze na und an mir ist noch keins dieser biester vorbei gekommen naja zumindest ist es mir nicht aufgefallen aber wenn es dir so wichtig ist schiebe ich wieder wache hauptsache du besorgt mir dann meine pilze was genau sind dunkelpilze na das zeug was wir wächter nicht essen dürfen hab sie aber trotzdem probiert und junge du machst dir kein bild wenn der pilz einmal zu dir gesprochen hat zieht er die glatt die socken aus ich würde ja echt gerne mal sehen was passiert wenn man dem die pilze geben aber andererseits zieht uns das auch wieder irgendwie die seele ab immer wieder ein minuspunkt naja letztes mal habe ich die pilze da diesen komischen tüten da unten gegeben weißt du ja diesen diesen ganz davon die banane gegeben hat ich würde gerne mal ich würde gerne wissen was passiert wenn man dem die pilze geben ob wir denen dann offen wir wissen haben oder so ich gebe die mal hier sind deine pilze oh wo hast du die so schnell her haben wir nicht erst von der sekunde über die dinger gesprochen ist ja auch egal bin dir was schuldig bruder hier ich muss dann wieder mal auf posten ja siehst du cooler als das andere weil da kriege ich nämlich kein gold ich bin noch nicht gut genug scheiße er muss wieder auf posten ja dann schlaf gut ok immer mal weiter irgendwas höre ich hier schnarchen irgendwo höre ich irgendwas und das ziemlich dicht leute ich sehe nur nichts und hier aus dieser richtung ich habe die gar nicht in den kohle und das miete katze schwarze ganze hier ein paar kehren auf die schlitz mich ja auch und sie und nun mal meine 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 jade stein noch ein jahren stein wir haben hier jade steine bewacht na wie toll und mal hinten sehe ich doch und ach wir sind schon wieder zurück jetzt schlage ich ein wohnen sie mann du alter schläger und wo denn doch vorne nein scheißen dreck ach scheiß doch die wand an warum ich jetzt hier untergefallen man das ist doch kack boden sie guck mal da ist noch so eine echte die können wir doch auch noch ein bisschen zwei sind das war steiner macht und 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 naja dann gehen wir hier auch noch durch vielleicht finden wir hier noch irgendwas brauchbares kann man hier hinten hier unten und dann springen wir mal hier runter kommen ich habe jetzt keine ahnung wo wir sind diesen blutwurz nehmen wir natürlich mit da kommen wir wieder zum strand ach da kommen wir okay wo sie musen wurden sie schon wieder hin klingelt okay auch schön mich wundert und wir noch keine molechen entdeckt haben nur leer ach hier ist der monolith okay so okay nur haben wir die schon entdeckt hier okay so jetzt hat sich mein robot auch verabschiedet wie soll das so füße schnapps das ich ihm ist nur ein blutwurz fünfmal ja ist ja okay schauen wir mal hier hoch da war der typ dem wir da vorhin geholfen haben wir können aber mal warte mal weiter was alter kommen die alle her so heute noch mal in diese richtung schauen hier wie ging es da noch irgendwo ins gebirge das weiß ich doch da gab es irgendwo eine hülle da kann ich mich noch daran erinnern irgendwo gab es eine hülle und wenn ich ja schon wieder da gab es so ein cooles schwer zu holen so ein cooles 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 immer wieder ein paar hühnerbeulen ergattert hier da hinten fängt wieder so ein vieh hier hoch so hier ist die hütte genau da sind wir gekommen würde ich sagen laufen wir mal hier hier lang werden mitnehmen diese karte kam ich mir eine mütze Ui! Hier summt und brummt. Hoffentlich piekt es uns nicht. Ne, ich will hier lang, hier nach oben. Ich weiß jetzt nicht, ob wir richtig sind. Bravauge. Hier sind wir, okay. Dann gehen wir mal hier lang. Goldklee, nehmen wir natürlich mit, ist ja klar. Sind wir hier irgendwas? Ne. Ach, wir sind wieder um Dingsbums. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück. In Richtung viel lang. Versuche mal diesen Berg zu finden, wo wir das Schwert bekommen sollten. Irgendwas will ich hier kloppen. Hä? Sind wir in der Nähe einer Mine? Ah, okay. Ich weiß jetzt nicht, müssen wir... Ich gucke mal auf die Map ganz kurz. Wir müssen hier irgendwo hin. Hier, hier müssen wir hin. Glaub ich. Hier sind wir falsch. 100 pro. Okay, dann gehen wir hier wieder runter. Hier ist ja eh schon alles safe. Bedeblüte, ne? Die nehmen wir mit. Geh! krass über vorerst So, wir haben schon wieder eine Zunge gehalten, wer möchte? Ach du dickes Ei. Mal rennen in den Arsch. Magischen Kristall erhalten. Nein, ja. Obold. Hohoho, ist der Geflogen. Alter, Finne. Kann man die noch looten? Nee. Okay. So, ich denke mal, wir müssen hier durch den Baumstumpf. Raumstumpf durch den hohen Baum. Ah, fuck! Ich meine Mütze! So, Ganfok hat wieder eine Zunge zu vergeben. So, warte mal, vielleicht können wir ja mal... Ah, Fernkampf auf 45. Jawohl, das machen wir auch. Jupp, wohl mal. Was, Fernkampf? Habe ich jetzt Fernkampf wieder? Nee, Nahkampf. Pfff, alter. So, ich schaue mal auf die Map. Wir müssen... Wir müssen... Hier lang. Hier müssen wir also zurück. So, und dann muss der Kreuzung und dann links. Ich höre hier noch was pennen. Hey, lass mir auch noch was übrig. Los! Wir machen wir ein paar Kehl! Alter! Hier raus! Hilfe! Hilfe! Bonsi! 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 Mann ey! Nee! Aha, okay. Nee, da wollen wir ja gar nicht hin. Wir müssen, glaube ich, hier rum. Genau. Oder wollen wir hier ein bisschen gucken? wir können ja hier auch rum gucken hier gibt es noch so ein kleines fettis und kläden sind wo sie würdest du mal ok dann gehen wir hier wieder zurück schnappen uns da den weg so müssen wir denn links weg glaube ich die reiche vorhin übersehen so hier jetzt weiter glaube ich genau und immer links bleiben müssen hier hin ok glaube ich habe es gefunden und da glitscht er durch die steine hast du gesehen so hier ist ein feuerchen scheiß spinnen da hast du recht so die truhe machen wir noch schnell auf weiter 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 aha sieht alles ganz gut aus nehmen wir mit so freundin der nacht und wie es weitergeht das erfahrt ihr in der nächsten folge schönen dank fürs zuschauen ich hoffe wir sehen uns beim nächsten mal wieder ciao sagt euer gunfrog ok ok ok